Dieser Volvo V50 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem silbernen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 106.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2007. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Physiofix, Kindersitzbefestigung, Partygefilter, Dachrailing, Sitzheizung, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 136 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017